Steht bei dir unten im Chart die falsche Uhrzeit und du möchtest sehen, wie viel Brokergebühren dir ein Trade gekostet hat? In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Zeitzone korrekt einstellst und wie du die Brokergebühren eintragen kannst. Als erstes möchte ich dir zeigen, wie man die Zeitzone korrekt einstellt und bevor ich zu der Einstellung hingehe, zeige ich dir, wie es aussieht, wenn es falsch eingestellt ist. Dazu öffne ich hier einen Chart, suche mir einen Markt aus, ich wähle hier den Goldmarkt an, klicke auf OK, damit sich der Chart öffnen kann. Und hier unten im Chart haben wir die Zeitangabe. Meine aktuelle Uhrzeit ist jetzt 10.45 Uhr. Wenn ich jetzt hier im Chart zu der aktuellen Kerze hingehe und mir die angegebene Uhrzeit hier im Chart anschaue, steht da 8.45 Uhr drauf. Diese Zeit ist auf jeden Fall falsch, weil es nicht mit meiner aktuellen Zeit übereinstimmt. Damit wir die Zeit korrekt einstellen können, musst du über deine Zeitzone Bescheid wissen. Wenn du deine Zeitzone nicht kennst, zeige ich dir gleich, wie du es herausfinden kannst. Also, über die Google-Suche kannst du hier nach Zeitzone Deutschlands zum Beispiel googeln. Dann bekommst du hier ganz viele Webseiten vorgeschlagen. Ich persönlich benutze am liebsten diese Webseite hier, weil sie sehr informativ ist. Der Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung oder du kannst einfach in deinem Internetbrowser timeanddate.de eintippen und entsprechend dein Land auswählen. Egal ob du dich in Deutschland, in der Schweiz oder Österreich befindest, wir sprechen hier über die gleiche Zeitzone bzw. über die mittlere europäische Zeit. Momentan befinden wir uns in Sommerzeit bzw. plus zwei Zeitzone. Das ist die Angabe, die wir brauchen, damit wir in der ATAS-Software die korrekte Zeitzone eingeben können. Dazu wechsle ich jetzt zu der ATAS-Software im Hauptfenstermenü von ATAS. Da über den Verzeichnis Einstellung auf der rechten Seite findest du den Button Zeitzonen. Hier kannst du einmal draufklicken, dann öffnet sich hier ein neues Fensterchen. Da auf der linken Seite, wo Zeitzone draufsteht, kann man seine aktuelle Zeitzone eingeben. In unserem Fall jetzt zum Beispiel die Zeitzone Nummer 2. Auf der rechten Seite siehst du eine schöne Auflistung aller Börsen. Wenn du die amerikanische Märkte tradest, müsstest du dir hier die korrekte amerikanische Börse aussuchen und dann entsprechend die Zahl Nummer 2 eintippen. Um mir jetzt diese Doktorarbeit zu ersparen, gehe ich jetzt dahin und fülle jedes Feld mit der Zahl Nummer 2 ein. Damit es schneller geht, benutze ich jetzt meine Tastatur bzw. die Taste Tabulator, um die Felder entsprechend schneller von Feld zu Feld rüber zu springen. Sobald du die Felder mit deiner Zeitzone ausgefüllt hast, kannst du hier auf den Übernehmen-Button draufklicken und schon ist deine Zeitzone in der ATA Software korrekt eingestellt. Nun zeige ich dir, wie ein Chart aussieht, wenn die Zeit korrekt eingestellt ist. Dafür gehen wir zum Home-Verzeichnis rüber und öffnen hier einmal ein Chart und schon sehen wir, dass die Zeit hier unten im Chart, welche angegeben wird, mit unserer aktuellen Zeit übereinstimmt. Nun zeige ich dir, wie du deine Brokergebühren in der ATA Software eintippen kannst und welchen Vorteil mit sich bringt. Bevor man die Gebühren in der ATA Software eintippen kann, musst du über deine Brokergebühren Bescheid wissen. Wenn du die Brokergebühren nicht kennst, zeige ich dir, wie du es über die Google-Suche herausfinden kannst. Ich mache dir ein Beispiel mit dem AMP Future Broker. Wenn du über die Broker-Webseite nicht gleich die Trades-Gebührenkosten herausfinden kannst, kannst du es hier einfach über die Google-Suche danach suchen. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel AMP Future Commissions gebe ich hier ein und suche danach. Schon erscheint mir hier mehrere Vorschläge. Hier musst du dich durchklicken, bis du die richtige Seite gefunden hast. Bei mir jetzt in diesem Beispiel wäre jetzt das hier die korrekte Webseite von AMP. Der Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Hier haben wir eine schöne Tabelle mit Auflistung aller Instrumente, die man traden kann, mit der Abkürzung, an welcher Börse es getradet wird, die Währung und die Gebühren, die Trades-Gebühren per Sites, sowie auch Total. So, bevor man da die Gebühren abschreiben kann, muss ich hier zum Beispiel angeben, mit welchem Datenfeed ich trade. Bei mir wäre jetzt zum Beispiel Rhythmik der Fall und schon sieht man hier unten, wie sich die Gebührenpreise ein bisschen erhöhen, dementsprechend anpasst. Wenn du zum Beispiel den S&P 500 tradest, das wäre jetzt hier unten, siehst du, dass du für ein Kontrakt, wenn du eine Position eingehst, ich mache jetzt ein Beispiel, ich möchte long einsteigen, beziehungsweise mich im Markt mit einem Kontrakt einkaufen, dann bezahle ich für diesen Kontrakt 1,85 Dollar. Um aus dieser Position mit Gewinn herauszugehen, muss ich die Position schliessen, beziehungsweise einen Gegenkontrakt eingehen, die Position verkaufen und dafür bezahle ich nochmals 1,85 Dollar. Das bedeutet also, dass wenn ich jetzt eine Position mit einem Kontrakt öffne, kostet es mir insgesamt 3,70 Dollar. Und wie ich jetzt diesen Brokergebühren in der ATAS Software eingebe und wozu es gut ist, zeige ich dir gleich. Im Hauptfenstermenü von ATAS, hier über den Einstellungenverzeichnis, findest du auf der rechten Seite diesen Commission-Button. Hier kannst du einmal draufklicken, dann öffnet sich hier ein neues Fensterchen. Auf der linken Seite, da wo Instrument draufsteht, siehst du eine schöne Auflistung aller Instrumente, beziehungsweise aller Märkte. Und hier, wo Commission draufsteht, auf der linken Seite, kannst du deine Brokergebühren per Site eingeben, beziehungsweise per Kontrakt. Da oben haben wir ein Suchfeld. Über diesen Suchfeld kann man nach den Märkten suchen, welche man tradet und dementsprechend hier auf der linken Seite die Brokergebühren per Site eintippen. Ich mache jetzt ein Beispiel mit dem Goldmarkt und wechsle zu der Gebührenwebseite. Hier oben haben wir mehrere Registern. Wenn ich mir den Goldmarkt aussuchen möchte, muss ich hier zuerst auf Metall draufklicken. Da ist er schon. Gold, Abkürzung GC, an welcher Börse gehandelt wird, die Währung und die Gebührenkosten per Site. Diese 2,17 Dollar muss ich mir jetzt merken und wechsle wieder zu der Rata-Software rüber. Hier im Suchfeld gebe ich die Abkürzung GC für Gold ein. Da ist er schon. Hier tippe ich die Brokergebühren per Site ein, welche wir uns vorhin angeschaut haben. Das sind diese 2,17 Dollar. Wenn du mehrere Märkte tradest, kannst du genau gleich vorgehen, hier im Suchfeld nach diesen Märkten suchen und entsprechend hier auf der rechten Seite die Commission per Site eingeben. Sobald du fertig bist, hier mit OK bestätigen und schon hast du alle deine Brokergebühren in der Rata-Software eingepflegt. Nun werde ich dir anhand eines Trades-Beispiels zeigen, wie es mit der Gebühren aussieht. Über den Home-Register findest du diesen Account-Button. Mit diesem Button kannst du dieses Fenster hier unten, wenn du einmal draufklickst, aktivieren bzw. ein- oder ausblenden. So, und der grosse Vorteil an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich jetzt im Hauptfenstermenü mir ansehen kann, wie viel mir meine Trades an Gebühren gekostet hat. Das heisst, hier sehe ich meinen Gewinn, was ich bereits geschlossen habe, bereits mitgenommen habe. Abzüglich der Commission weiss ich dann entsprechend ganz genau, wie viel ich netto verdient habe. Hier sieht man die laufenden Kosten über diesen Trade, der hier jetzt bereits läuft. Wenn ich jetzt diesen Trade schließe, siehst du, jetzt habe ich insgesamt 100 Dollar plus gemacht und 21,70 Dollar an Gebühren hat mir diese Trades gekostet. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, vergiss, den Like nicht zu geben. Wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn neue Videos rauskommen, abonniere den Kanal. Wenn du erfolgreiches Trading lernen möchtest, dann schau auf www.momentumtrading.eu vorbei. Mach's gut, wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Musik 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 Musik